Na? Ab heute bin ich dein Stiefvater. Warum redest du nicht mit mir? Du bist und wirst nicht mein Vater sein. Ach, ist das so, ja? XX Raupe. Das war mein Playstation-Name. Weißt du noch damals bei Call of Duty? Ich hab dir gesagt, ich werde dich auseinandernehmen. Hast du aber nicht. Das spielt doch keine Rolle. Denn jetzt nehme ich deine Mutter auseinander.